Herzlich Willkommen zur fünften Folge von MeineKraft und Lukas, was sollte das? Ich mach hier überall Teppich hin. Nein, nicht überall, lass ein Holz fahren, das sieht cool aus. Findest du das schön? Ja, und zwar... Und Maxi hört jetzt auf, sonst kriegt er morgen bei DSA ganz viel Ärger. Ah, das war's dann mit dem kleinen Wub. Das hab ich mir gehört, höh. Ich hab'n Teppich runtergeschmissen. So, ein Teppich. Teppich. Ja, Teppich. Schattenteppich in Kauf, weil ich geh' ja auch um Spaß und so. Ich muss meine Stimme etwas reduzieren, weil meine Eltern natürlich sind schon pendegegangen. Meine Mutter war eben da, hat's gut nachgesagt, ne. Und meine, ich fühlte zu sehr störend. Ist aber noch laut genug, das ist nicht das Problem. Naja, passt schon. So, ich baue hier mal die Treppe weiter, die dann nach oben führt. Hm, ich mach' jetzt hier den, äh, festfertig. Dach kommt jetzt, das wird ein bisschen komplikater. Aber ich krieg' das auch ein. Den Superman, mach'n Glück. Ähm, tack, 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 ähm, tack, 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 tack. Dänisch. 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 Also, also, um die Dänischen Dance. Danke. Ah, die Takt. Oh Gott, das wär' jetzt richtig fail, oder? Bisschen schon. So. Ja. So, Tag, sage und sage Danke. Hm, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. bei mir ist es ewig her dass ich drei fragezeichen gehabt das war immer im auto ich glaube es hat meine eltern nicht ausgehalten meine eltern auch irgendwann nicht mehr mein bruder hat immer mir vorgesagt was passiert weil er es schon kannte was gemein hatte ich ganz fies scheiße ich bin runtergefallen so das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus irgendwie sieht die krone von dir echt beschissen aus schuldigung sie meinen besser aus ja viel besser meine sieht auch beschissen aus zumindest in meinem texture pack sieht es bei dir besser aus ich habe es standard ich weiß nicht wie es aussieht das ganze mal ganz mal heilen immer stück zur Seite bitte ich kann nicht mehr warnen ah jetzt doch gehen wir so jetzt bin ich wieder zurück nein nicht abstürzen wir sind übrigens hier ja ich war schon wieder voll still das ist gar nicht toll wir sind hier in einer der letzten Folgen darauf zu sprechen gekommen ne es war gar nicht in minecraft das war in was kommt auf jeden fall haben wir jetzt auch ein zwei android apps die sind zwar noch mit eclipse entwickelt aber für alle die keine ahnung von java oder ähnlichem haben und trotzdem mal eine android app schreiben wollen es gibt demnächst eine möglichkeit und zwar das sogenannte jimu oder jimu oder jimu oder was auch immer auf jeden fall das ist glaube ich auch über kickstarter ich glaube es ist über kickstarter hat zwar sein preis seine grenze gar nicht erreicht ist aber trotzdem soll es umgesetzt werden sind schon in einem ziemlich weiten stadium man kann da dann halt die per drag and drop seine apps basteln ich kann ja mal einen link in die beschreibung packen das wird wohl noch ein bisschen dauern aber wir werden es natürlich auch testen sobald es richtig erscheint können ja mal jendrik davor setzen wenn er es versteht versteht ihr es auch ich wollte damit nichts weiter sagen als du hast noch nie programmiert ist dem nicht richtig so ach so ich dachte was ich hardcore beleidigen das geht damit einher Mistverständnis war ein sehr großes Mistverständnis ja da fällt mir auch wieder was ein ich war gerade bei ikea auf dem rückweg nein so meinte ich das jetzt nicht nein auf jeden fall auf dem rückweg kamen da erstmal vier lkws oder so last lkws wie auch immer man die nennt entgegen mit so richtig viel gülle drin oh fies uuuhh alter er verschifft gülle also er verschiebt gülle bauern gülle das ist ja das wäre ungefähr so als wenn ich meine blume scheißen würde ja nettes Bild danke das werde ich erstmal nicht mehr los ja mach da nix könnten wir sagen immer wieder gern das war die rache ja wofür oh ich weiß jetzt wofür für das Ubuntu ne Ubuntu du wirst nicht wer ist der Scheiß jetzt nix sie in die 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 denn du es für ein Satz ich verheiratet ja um um wenn ich einmal sie erzielen könnte ach so nicht was die Drehung Julio um ich bin ja eigentlich für die Wettbewerden aber das letzte in das Bieters haben heute bestellte Lukas ja das ist nicht so war an der Kau was hat in der Story ist es ist die unend die letzten die danach erschienen sind ja alle nicht so optisch und um ja jetzt geht er wirklich gar nichts mehr in der Bietro Hose um was haben die gesagt man kann sein Wagen in der Welt individuell zusammenstellen aber da bin ich nur ganz kritisch wenn das Spiel echt super wird werde ich es mir nicht holen weil ich habe keine Rechenleistung das Spiel umso zu retten dann werde ich es mir holen und darfst es bei mir spielen jay dann zieh ich bei dir ein aber erst in Köln hoff ich oh wahrscheinlich nicht oh Spoiler 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 schau mal was hier auf YouTube wollte ich gerade sagen auf WhatsApp passiert ist Max sie hat noch irgendwas in die Tanzengruppe geschrieben weil ich gehe tanzen ähm ist es okay wenn ich das hier alles aufs Holz mache es ist eigentlich schon zu spät um nein zu sagen aber ich frage trotzdem noch mal äh ja ich zieh da noch so einen Steinrand rum das passt schon lass die mal so breit wie sie ist und mach da jetzt keine Verschnappelung rein und das ist doch doch mach da einen Rand hin keine Angst mach da so einen Steinrand einfach hin ist viel schöner noch mach das aber so wie ich es hier auch gemacht habe aus unten halt dieser komische Stein also unten Pflasterstein und dann ähm ja ja ich wollte das jetzt mit Pflasterstein auffüllen ja alles perfekt dabei kannst mir helfen da ist es etwas mehr mach mal nochmal folgendes warte mach da nichts hin ähm mach nur hier mach bis hier so mach da ein bisschen Steine hin da riecht sie nochmal so mal reinkommen hallo so zeig dir gleich was du machen kannst so mal diesen Rand da jetzt hin ich mach das mal eben so ach hast du auch schon gemacht musst du mal nach oben ziehen nach oben und dann mach ich hier folgendes weil man kann ganz toll mit dem Zaun spielen sag ich dir mal möchtest du das hier auch nach oben ich mach es einfach mal ja siehste siehst du das hier guck mal ja sieht gut aus oder? sehr gut du hast zack 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 so und jetzt kommt hier noch Teppich hin ja geht das natürlich nicht Teppich ne war gut oder? das war so wieder auf Teppich und das war so blablabla geht nicht ne das wäre doch cool gewesen wenn die diese Stufe nur einzeln so rot gewesen wäre ja kann man aber ne Holz kann man ja nicht färben ne schade na gut dann nicht dann geht es hier weiter so willst du mir helfen beim Haupthaus? wir sind jetzt mal ganz fies und lassen Maxi hier die ganzen Folgen nicht mitmachen weil cool wenn Maxi nichts mehr wiederkommt und wir sind komplett fertig mit der Burg in innerhalb von fünf Folgen ok versuchen wir das die erste ist oh ne das schaffen wir locker nicht doch die erste ist gleich vorbei und guck mal wir haben es geschafft hier das ganze Dach zu machen und die Treppe also ich glaub das schaffen wir wir kommen echt gut voran ja wir sind ein super Team ja ja sollen die Türme da hinten die größer werden sollen auch breiter ich wollte ja unbedingt für Sega spielen ne ja Sega Rallye oder so ne oh ich dachte gleich ich schieße dir gleich schon hart zu antworte mal ganz kurz äh sollen die Türme da hinten die höher sollen auch breiter oder nur höher äh warte ich erzähl dir gleich ich würd sagen nur höher persönliche Meinung komm mal mit bin hinter dir hier der kleine hier auf der Seite hier muss ein dünner schmaler hin aber hoch aber nicht so hoch wie der hier vorne am Eingang und der hier soll breiter als der da ganz hinten oder genau so der hier muss der muss richtig fett werden also der ist so breit wie da hinten noch ein dicken breiter wie da hinten ja ein Stein würde ich sagen oder noch 2 ich mach immer ne ungerade Zahl da hinten sind es 5 dann mach ich hier 7 hm mach so dass es mit dem Eingang passt ja guck mal der Eingang hier sind 4 4 4 ja dann dann muss es gerade sein 5 6 mach bis hier guck mal mach mach den Turm ich mach den ich mach den dicken breiter mach so richtig fetten Turm weißt du okay der auch bis nach hinten reingeht in unser Haus und dann wirklich noch richtig weit nach oben so dass das Dach da wo das braune ist von dem Holz ähm ne ne da wo das äh wo der Turm oben endet auf der anderen Seite hinten dass da der ähm noch ein Stock weg drauf ist sozusagen also dass da erst die Fenster anfangen weißt du ich würd sagen noch höher noch höher ja ich baue einfach mal und wir gucken mal wie es gut aussieht aber als allererstes ja gehts in die nächste Folge also bis zum nächsten Mal joo hallo äh hallöchen tschüss würde ich sagen ciao tschau tschau